Hi und herzlich willkommen bei MyMonk Podcast, dem Podcast, der dir hilft, deinen Weg zu gehen. Ich bin Tim und ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute will ich dir von einem äußerst krassen Tag erzählen, der die Weichen für mich komplett umgestellt hat. Es waren morgen im März, ein paar Jahre ist das jetzt her, und der Wecker hat geklingelt, eigentlich mein großer Feind in dieser Zeit, als er mich da jeden Tag aufs Neue aus der schönen Traumwelt geprügelt hat, in die Job bedingt. Ich war damals Unternehmensberater, ätzende Realität. Aber diesmal war irgendwas anders. Ich war gleich ziemlich wach und auch nicht so sauer auf den Wecker wie sonst. Und da ist mir aufgefallen, dass der Wecker anders klang. Und dann, als es nochmal geklingelt hat, ist mir aufgefallen, dass es gar nicht der Wecker war, sondern das Türklingeln. Ich habe mir also schnell meinen seidenen Morgenmantel mit den schön handgemachten Stickereien drauf angezogen und bin zur Tür und da steht eine echt hübsche Frau und sagt, du musst Tim sein, ich habe eine Botschaft für dich. Das war schon sehr ungewöhnlich und ich war natürlich äußerst gespannt, was denn die Botschaft sein sollte. Und da hat die Dame gesagt, Tim, die Welt wartet auf dich und darauf, dass du deine Talente endlich auslebst. Du hast zwar noch nicht viel davon gezeigt, eigentlich gar nichts, aber du hast es sowas von drauf, Tim. Ich habe mich dann bedankt, dann ist sie abgehauen und hat mich doch etwas verwundert zurückgelassen. Ich habe mich dann ganz normal angezogen, das heißt meine Anzughose und mein Sakko über den Morgenmantel gestreift und bin dann zur Arbeit. und auch da war irgendwas ganz anders als sonst. Pralinen lagen auf meinem Tisch, also einzelne geschlossene Packungen, nicht lauter separate und als ich einen Computer angemacht habe, stand da etwas, was sonst nicht dastand. Hi Tim, bitte komm in mein Büro, dein ehemaliger Chef. Klar, ich habe das dann auch gemacht, bin ab zum Chef, wobei mir schon ein bisschen mulmig war bei dem Wort ehemalig. Und ich mache da so die Tür auf und er lächelt und sagt, dass ich mich setzen soll. Und dann meinte er, Tim, es tut mir leid für mich und für das Unternehmen, aber wir müssen dich gehen lassen. Nicht, weil wir dich hier nicht mehr wollen, ganz im Gegenteil, sondern uns ist einfach klar geworden, dass die Welt dich braucht und zwar anders als hier. Du musst schreiben, du musst Menschen berühren und bewegen, du musst das machen, wonach dir schon seit vielen Jahren eigentlich ist. Tim, du bist auserwählt, Blogger zu sein. Und ich so, hä? Und er so, ja, es stimmt, du hast nicht nur unser Vertrauen und unser Okay, sondern auch noch ein bisschen Startkapital für die nächsten zwei Jahre, damit du dein für die Welt so wichtiges Projekt bequem und ohne Risiko durchziehen kannst. Wir können es einfach nicht mit unserem Gewissen vereinbaren, dich davon abzuhalten. Dann gab es noch eine Abschiedsfeier, alle Kollegen haben ihre Rechner zugeklappt, getanzt und manche davon sich auch mir zuliebe ausgezogen. Und als ich zu Hause ankam, war ich noch immer ziemlich verdutzt. Und was mache ich da? Das ist ja klar, das, was ich immer tue, wenn mir sonst nichts einfällt. Ich checke meine E-Mails und was muss ich da sehen? So ungefähr 10.000 Menschen haben mir geschrieben, dass sie sich schon so auf meinen Blog und meine ersten Texte freuen, dass sie gerade kaum einschlafen können, was allerdings auch daran liegen könnte, dass es immer noch erst Nachmittag war. Und mir wurde damit klar, dass ich mich wirklich nur noch zum Schreiben aufraffen müsste, also zu etwas, von dem ich eigentlich eh schon seit vielen Jahren geträumt habe und dass der Rest ein Selbstläufer werden würde, weil ich nun mal offiziell auserwählt worden bin. Also du denkst es dir natürlich, das ist alles Bullshit, bis auf die Sache mit dem seidenen Morgenmantel vielleicht. Nee, das war so nicht. Keiner hat auf mich gewartet. Keiner hat mich schon vermisst, bevor ich überhaupt da war. Und keiner hat mich ausgewählt. Niemand hat mir die Erlaubnis gegeben. Niemand hat mich darum gebeten. Bei niemandem haben die Augen geleuchtet, als ich ihm davon erzählt habe, dass ich jetzt mal mit dem Bloggen anfangen will. Und genau darum geht es heute, um das Leben in einer Welt, die nicht in Vorleistung geht, was unsere Träume betrifft. Ich bin natürlich kein Ausgewählter, nicht mehr ansatzweise und ich denke, es macht heute weniger Sinn denn je darauf zu warten, dass mich oder vielleicht auch dich jemand auswählt. Die gute Seite ist aber, es war nie leichter, sich selbst auszuwählen und vor allem darüber will ich heute mit dir sprechen. Wähl dich selbst. Keine Ahnung, wo ich diesen Tonfall das letzte Mal gehört habe. Vielleicht letzte Nacht bei dieser einen Werbung, bevor ich zum Telefon gegriffen habe. Übrigens, das könnte vielleicht auch eine Reihe in dem Podcast werden, die spannendsten Dinge, die ich nie erlebt habe. Also wenn du magst, schreib mir eine Mail mit den eigentlich von mir nie erfahrenen Erfahrungsberichten, über die du gern was hören würdest. Eine Sache bringt für mich besonders gut auf den Punkt, warum wir manchmal oder in meinem Fall sogar sehr oft uns schwer damit tun, für das aufzustehen und loszugehen und zu kämpfen, was uns richtig und lebendig erscheint. Es gibt ja die Legende von Icarus, dem Sohn von dem großen Erfinder aus der griechischen Mythologie namens Daidalos. Daidalos hat Flügel für sich und seinen Sohn erfunden, nachdem die beiden zur Strafe auf Kreta gefangen gehalten wurden und hat dazu Federn mit Wachs an einem Gestell befestigt. Und Icarus, der Sohn, ist damit losgedüst, höher, immer höher, bis er der Sonne zu nahe gekommen ist, das Wachs geschmolzen ist, seine Flügel kaputt gingen und er abgestürzt ist. Sein Übermut hat ihn das Leben gekostet. Das ist der Teil der Legende, an die wir heute denken, wenn wir von Icarus sprechen. Wenn du zu viel willst, zu hoch hinaus wirst du auf der Fresse landen. So wie in dem Sprichwort Übermut tut selten gut oder in der Frage, du glaubst wohl, du bist was Besseres. In einem Buch von Seth Godin mit dem Namen The Icarus Deception habe ich was Interessantes gelesen. Daidalos hat seinen Sohn gewarnt, nicht zu hoch zu fliegen, weil die Flügel sonst in der Sonne schmelzen würden. Und er hat ihn vor noch etwas gewarnt, nämlich davor zu tief zu fliegen, zu niedrig, weil das Meerwasser die Flügel ebenfalls ruiniert hätte. Unsere Gesellschaft hat diesen Mythos in der Mitte durchgeschnitten und nur noch den einen Punkt betont. Übertreib es nicht, steig nicht zu hoch auf, hab keine zu großen Ideen. Und den anderen irgendwie völlig unter den Teppich gekehrt. Wenn du dich zu weit unten aufhältst, zu nah am Wasser, wenn du zu klein denkst, wenn du dich mit zu wenig zufrieden gibst, bist du ebenfalls im Arsch. Klar, was dahinter steht. Wir sollen schön unsere Arbeit machen, erst unsere Eltern, dann unsere Chefs happy machen und bloß nicht zu viel zutrauen und aufmucken und nichts tun, was nicht ganz offiziell erlaubt und gewünscht ist. Das heißt, wir sollen uns anpassen, produzieren und konsumieren. Wir sollen weiter produzieren, weiter konsumieren, bis wir irgendwann tot sind. Paradoxerweise ist das zu tiefe Fliegen viel gefährlicher, weil wir uns dabei irgendwie viel mehr in falscher Sicherheit wiegen als beim hohen Fliegen, das ja schon mit einem gewissen Nervenkitzel einhergeht und uns deswegen also bewusst sein lässt, dass wir nicht unbedingt zu nah an die 15 Millionen Grad heiße Sonne fliegen sollten. Dabei kann der tiefe Flug über der Wasseroberfläche aber genauso vernichtend sein, uns genauso killen, obwohl es sich sicherer anfühlt. Sind wir dann ja nur ein paar Zentimeter vom Stürzen und vom Abkacken entfernt. Und wir begrenzen uns dabei nicht nur selbst in unseren Möglichkeiten und Träumen und Zielen, sondern betrügen vielleicht auch andere Menschen um die Dinge, die in uns stecken und die ihnen helfen würden, gefallen würden, guttun würden. Ich meine, das ist schon absurd. Für Steuerhinterziehung kommt man wahrscheinlich auch zurecht in den Knast. Zur Potenzialhinterziehung hingegen wird man auch ermutigt vom Schulsystem und später vom Arbeitsmarkt und insgesamt von den größten Teilen der Gesellschaft. Dabei sind die Kosten von so einer Potenzialhinterziehung vielleicht um ein Vielfaches größer und dazu werden wir sogar noch offiziell angestiftet. Naja gut, einerseits ist es absurd, andererseits auch wieder nicht, denn die Industrie profitiert natürlich sehr davon, wenn wir uns weiter Teile unserer Lebensläufe vorgeben lassen, indem wir erst fleißig in der Schule Sachen auswendig lernen, wie die Photosynthese und den Geburtstag und das Sternzeichen von historischen Persönlichkeiten und das Ganze dann entweder im Studium wiederholen oder ins Gleiche in Ausbildung oder Job erzählen lassen müssen, was wir wann wie zu tun haben. Mit diesem propagierten Flieg bloß nicht zu hoch kommt noch ein anderer Glaubenssatz durch die Tür, nämlich wenn du schon was Cooles machen willst, dann brauchst du vorher eine Erlaubnis. Dann musst du an den Torwächtern von Plattenfirmen oder Verlagen oder Banken vorbei oder die Juroren bei Höhle der Löwen überzeugen, sonst geht da gar nichts. Oder du musst warten auf die große Erleuchtung, auf den Geistesblitz, der dir sagt, was du ab heute für den Rest deines Lebens tun solltest und womit du garantiert erfolgreich sein wirst, einfach weil es deine gottgegebene Bestimmung ist. Den ganzen Tag werden wir mit Stars und mit super Erfolgreichen konfrontiert, die zwar irgendwie aus dem Nichts gekommen sind, aber irgendwie wird dabei trotzdem gleichzeitig immer kommuniziert, dass sie eben doch anders sind als wir, dass uns doch irgendwas fehlt und dass wir es doch irgendwie nie schaffen können. Wie bei dem super erfolgreichen Entrepreneur, der mit 17 sein Business für 4 Milliarden verkauft, weil er einfach die große, einzigartige Geschäftsidee hatte, die wir leider nicht haben. Oder wie bei dem Lottogewinner, der wir sein könnten schon nächste Woche und wobei uns natürlich gleichzeitig klar gemacht wird und klar ist, dass die Chance praktisch nicht existiert. Im Grunde wird uns immer signalisiert, theoretisch ist alles möglich, aber nicht für dich, wenn du kein Auserwählter bist. Also flieg lieber tief, schau, dass du einen Job hast, zu dem du dich morgens halbwegs aufraffen kannst. Sei zufrieden und sei ruhig. Oder nimm den sicheren Weg. Das Problem ist nur, dass dieser Weg immer weniger funktioniert. Und aus dem Buch von Seth Godin habe ich noch was anderes Interessantes gelernt. Und zwar folgendes. Früher war die Komfortzone auch die Sicherheitszone. Das, was sich komfortabel angeführt hat, war auch sicher. Und irgendwann haben wir aufgehört, darüber nachzudenken, was sicher ist und was nicht und haben uns stattdessen darauf konzentriert, was komfortabel ist. Im Sinne von vertraut und macht wenig Angst. Und sind eben in dieser Komfortzone sitzen geblieben. Nur die Sicherheitszone hat sich wegbewegt. Sie ist nicht mehr deckungsgleich mit der Komfortzone. Und was sich heute komfortabel anfühlt, ist inzwischen vielleicht höchst unsicher. Und das, was sicher ist, das fühlt sich nicht mehr komfortabel an. Das Einzige, was uns jetzt nach Sicherheit bieten kann, ist, uns immer wieder weiterzuentwickeln, immer wieder zu wachsen, Neues auszuprobieren, zu lernen, unser Ding zu machen und unseren Weg zu gehen. Ich meine, ich erzähle dir ja da nichts Neues, wenn wir darüber sprechen, dass der Job beim Konzern längst nicht mehr lebenslang ist. Dass heutzutage kaum noch ein Mensch seine Ausbildung irgendwo macht, 50 Jahre in dem Unternehmen bleibt und dann mit einer riesen Dankbarkeits-Ehrenmedaillenfeier in die Rente entlassen wird. Und das betrifft natürlich nicht nur Jobs, sondern ganze Branchen, die überflüssig werden oder bei denen uns die KI mehr oder weniger bald ersetzen könnte. Also so gut wie jeder Job hängt am seidenen Faden, denke ich, auch wenn wir uns Dinge an dick und stahlig denken. Die Unsicherheit ist da und die kann plötzlich eintreten. Es gibt da eine sehr schöne Ultrakurzgeschichte von Joey Göbel. Seine Methode war immer dieselbe. Er strangulierte seine Opfer von hinten, während sie am Compute... Ich weiß nicht, ob man immer mit der Du-wirst-Sterben-Keule und das alles ist so unsicher kommen muss, aber mir selbst würde es wahrscheinlich gut tun, noch häufiger an die Unsicherheit und auch an meinen Tod zu denken. Das ist nämlich eigentlich gar nicht morbid und macht einen nicht zum Emo, der sich die Haare schwarz färbt und dann über die Augen wachsen lässt und sich dann eine Träne auf die Wange tätowiert, sondern erinnert uns vielleicht viel mehr an das Wesentliche, an das, was wirklich zählt und auch an die knappe Zeit, die wir haben. Die historischen Philosophen haben, wie auch die Samurai, übrigens mehrmals am Tag über ihren Tod meditiert. So zurück zum eigentlichen Thema. Was könnten wir tun, statt darauf zu warten, dass uns ein anderer entdeckt und auserwählt? Klar, wir können uns selbst auserwählen. Der Autor James Altucher hat das immer Choose Yourself genannt. Und das Großartigste an unserer Zeit ist für mich, dass wir nie so viele Möglichkeiten hatten wie heute, dass wir nie so wenig Torwächter wie heute überwinden mussten. Es braucht im Grunde fast nichts als ein Smartphone, um Kunst zu machen und sie ins Netz zu stellen, um mit Leuten in Kontakt zu treten, die unser Zeug vielleicht mögen könnten. Und dann immer mehr von diesen Menschen, die zu uns und unserer Arbeit passen, zu gewinnen. Und naja, vielleicht auch damit Geld zu verdienen. Eine Website kostet nichts, Videos und Musik machen kostet nichts, Instagram kostet nichts und YouTube kostet auch nichts. Wir können Beziehungen aufbauen auf eine Weise, wie es nie möglich war zuvor, zu Gleichgesinnten, zu Interessierten, zu potenziellen Fans und Kunden. Wir können Arbeit machen, die Menschen so erreicht, dass sie uns vermissen, wenn wir aufhören würden. Und vielleicht hörst du diesen Podcast und hast dich längst oder vor kurzem selbst auserwählt und dann ist ja alles super. Und falls nicht, lass uns vielleicht aufhören, immer nur auf die nächste Gehaltserhöhung, auf das Okay von irgendwem, auf irgendwelche Bestätigungen zu warten oder darauf, dass uns XY die Tür aufhält, den Teppich ausrollt und uns groß rausbringt. Idealerweise ohne uns für ein noch unsittlich anzutatschen. Und lass uns nicht von dem abhalten, was uns angeblich alles fehlt, damit wir das tun können, was wir lieben. Und scheiße, ja, von mir aus nebenbei, neben dem Job, so gut und so lange es geht. Lass uns tanzen für den einen Club, der da ist wegen uns. Lass uns das Produkt auf die Beine stellen für uns und so eine Handvoll von Leuten, die es vielleicht genauso brauchen wie wir. Lass uns das Buch schreiben, die Kassette aufnehmen. Lass uns verdammt nochmal das geilste und liebevollste kleine Bistro in der ganzen Stadt aufmachen. Auch wenn rundherum 30 McDonalds und Starbucks sind und Bäcker-Discounter mit 10-Cent-Brötchen aus Pappe. Lass uns die Entscheidung über unser Leben treffen und nicht irgendwelche Chefs, den Arbeitsmarkt, die Banken, die Konkurrenz, die Kollegen, die Nörgler und die Zweifler und die Gesellschaft für uns entscheiden. Wir können die Verantwortung übernehmen und zwar für uns, für das, was wir tun und dafür, wie es uns geht. Interessanterweise bin ich neulich auf etwas gestoßen, was ich echt spannend finde. Und zwar geht es um die Anzahl, wie oft wir lachen so am Tag. Das durchschnittliche Kind lacht wie oft? 300 bis 400 Mal am Tag. Und hast du irgendwie eine Ahnung, wie oft ein Erwachsener lacht? Nur noch traurige 17,5 Mal täglich. Die Studie mit den genauen Zahlen wurde hinterher ein bisschen angezweifelt. Aber ist nicht auch das schon wieder sehr erwachsen? Ich meine, mein Berufswunsch ist nicht, Clown oder Comedian zu sein. Aber ganz ehrlich, ich will ein Leben haben, in dem ich viel lache. Und das ist oft nicht mal ansatzweise deckungsgleich mit erfolgreich sein. Das hat viel mehr damit zu tun, dass wir für uns und unsere Ziele und das, was uns wichtig ist, aufstehen. Der Schauspieler Bobcalf Goldbraith, der als Set in Police Academy und später bei der Fernsehserie auf Schlimmer und Ewig sehr, sehr erfolgreich war, hat mal gesagt in einem Interview, oder hat es geschrieben, ich weiß es gerade nicht. Ich war der Moderator einer Gameshow, eine sprechende Puppe und ein Happy Meal-Spielzeug. Die Filme, in denen ich mitgespielt habe, wurden in mehr Sprachen übersetzt, als ich es aufzählen kann. Ich habe riesige Schecks von Studios bekommen und bin um die ganze Welt geflogen. Und ich habe mich miserabel gefühlt. Die ganze Zeit. Ernsthaft. Der tanzende Affe der Menschen zu sein, Horror. Ich bin darüber nicht verbittert, wirklich nicht, weil es jetzt hinter mir liegt. Ich liebe mein Leben, aber es hat mich fast 30 Jahre gekostet, um an diesen Punkt zu kommen. Wenn wir uns in einem Lebensbereich wie Tanzende Affe fühlen, müssen wir selbst ausbrechen aus dem Zirkus und den Weg gehen, der für uns richtig ist. Ich wette, du oder ein Teil von dir hat längst eine Ahnung davon, was das sein könnte, was du machen willst, was dir Spaß machen würde, was dir Freude macht, von dem du gern mehr hättest in deinem Leben. Und vielleicht ist dieses Wissen wie so ein Elefant im Raum, vielleicht aber auch nur was Leises unter der Oberfläche bisher. Da kommen wir auch zu meinem Lieblingsthema Großdenken bzw. Kleindenken. Großdenken hat super Vorteile, aber es kann uns auch überfordern. Manchmal ist es genau das Richtige, kleiner zu denken. Nicht die Welt erobern zu wollen, sondern erstmal nur ein paar Meter Radius um uns selbst. Nicht gleich Konzerthallen füllen zu wollen, sondern erstmal einen und dann zwei und dann drei finden, die unsere Musik mögen. Nicht gleich einen Milliarden-Business-Plan aufsetzen, sondern eine Lösung finden für ein Problem, das wir selbst haben und das wir bisher nicht gelöst sehen. Und dann stehen die Chancen auch gut, dass es vielleicht noch ein paar andere auf der Welt gibt, denen das auch helfen würde. Und wenn du gar keine Idee hast, was die Leute, das heißt die richtigen Leute, begeistern könnte, dann fang einfach mit dir selbst an. Mach es, weil du es selbst cool findest. Egal, ob das Kunst oder ein Produkt oder beides ist. Amanda Pollmer schreibt in ihrem Buch The Art of Asking etwas wirklich Großartiges und zwar von Dieter van These, dieser superbekannten Bolesk-Tänzerin. Van These hatte ihr erzählt, was sie in ihrer Anfangszeit als Tripperin in L.A. gelernt hat. Ihre Kolleginnen, die alle blondiert und sonnengebräunt waren, haben sich in neonfarbenen Bikinis auf die Bühne gestellt und vor den 50 Männern, die da vielleicht da waren, ausgezogen. Und zwar alles ausgezogen, was auszuziehen war und haben dann jeweils so einen Dollar Trinkgeld von jedem der besten Gäste bekommen. Also sagen wir 50 Dollar. Van These hat es anders gemacht. Sie kam mit Satan-Handschuhen und Korsett und Tutu auf die Bühne und zog sich langsam aus, aber nur bis auf die Unterwech und hat damit Zuschauer echt verwirrt, weil sie so anders war und vermeintlich weniger geboten hat als das, was ihre Kollegen da eben entblößt haben. Das Ergebnis war, dass 49 von 50 Männern in dem Club ihr kein Geld gegeben haben. Aber der übrige eine Mann hatte 50 Dollar Trinkgeld gegeben. Und Dieter hat dann gesagt, dieser Mann war mein Publikum. Die Frau hat sich nicht danach gerichtet, ob sie von einem bestätigt wird. Das heißt, auch wir brauchen nicht die Bestätigung von der Masse. Und das ist wahrscheinlich auch viel cooler, wenn unsere Arbeit von einem kleinen Kreis echt geliebt wird, statt dass da praktisch alle im Raum müde klatschen und uns halt einen Dollar in die Unterhose stecken. Wir brauchen keine Erlaubnis und du brauchst keine Erlaubnis und du brauchst keine Bestätigung von allen. Und falls du doch irgendeine Erlaubnis eines anderen brauchst, kein Problem, hier ist sie. So, wann ist der beste Zeitpunkt zu starten? Seth Godin schreibt in seinem Blog sinngemäß immer sowas wie, der beste Zeitpunkt war vor 5 oder 10 Jahren, als der Markt noch nicht so voll war, das Leben ein bisschen weniger komplex, die Situation ein bisschen näher an ideal. Der beste Zeitpunkt war, bevor du eine Familie gegründet hast. Der beste Zeitpunkt wird sein, wenn du ganz viel Geld auf dem Konto hast. Der beste Zeitpunkt wird sein, wenn dein Plan perfekt ausgefeilt ist. Und der zweitbeste Zeitpunkt ist heute. Ich habe ungefähr 8 Jahre oder so auf den besten Zeitpunkt gewartet, mit meinem Monk anzufangen. Dann habe ich es einfach getan, obwohl der Zeitpunkt nicht perfekt war, obwohl ich wenig Geld auf dem Konto hatte, obwohl meine Zukunft gerade echt ungewiss war. Das sage ich wirklich nicht, um anzugeben, glaube ich jedenfalls. Ich habe nämlich viel öfter etwas nicht getan, weil ich auf sowas wie den perfekten Zeitpunkt gewartet habe. Ich weiß, wie das ist und ich weiß, wie sinnlos das ist und wie zermürbend das sein kann. Für so viele Dinge habe ich mich gerade da irgendwie zu jung oder zu alt gefühlt, zu dünn, zu aufgewühlt oder zu entspannt oder oft genug bin ich einfach in die gedankliche Falle getappt. Der Zug sei einfach längst abgefahren. Raymond Chandler, einer von den erfolgreichsten Autoren aller Zeiten, hat seinen ersten Roman mit 52 geschrieben, soviel zum Thema Zug abgefahren. Der Pulitzer-Preisträger Frank McCurt hat seinen ersten Roman erst mit 66 geschrieben. Es ist also nie zu spät. Naja, wobei, das stimmt so nicht. Es ist zu spät und das, was du tun willst, ist jetzt noch weiter aufzuschieben. Dafür ist es jetzt echt zu spät. Zum Abschluss will ich was zitieren aus einem Buch von Chuck Palahniuk, der auch Fight Club geschrieben hat und das Zitat stammt aus dem Buch Der Simulant. Es ist unheimlich, aber wir sind jetzt die Pilgerväter, die Spinner unserer Zeit, die ihre eigene alternative Realität verwirklichen wollen. Eine Welt aus Steinen und Chaos erbauen. Was daraus werden soll, weiß ich nicht. Nach all dieser Hetzerei sind wir in tiefer Nacht am Arsch der Welt gelandet. Vielleicht ist Wissen ja gar nicht das Entscheidende. Wo wir jetzt stehen, im Dunkeln zwischen Ruinen, könnte aus unserem Bau alles Mögliche werden. Ganz cool, oder? Entscheidend ist, dass du dich selbst entscheidest und zwar für dich und für das, wovon du träumst. Wie hoch wirst du fliegen? Das war's wieder von mir für heute und ich freue mich riesig, wenn dir die Folge gefallen hat und du eine ehrliche Bewertung bei iTunes hinterlässt oder mir eine Mail schreibst oder jemandem den Podcast empfiehlst, dem er auch gefallen könnte. Danke, dass du den MeinMong-Podcast auserwählt hast, dich jetzt über die letzten 20 Minuten oder so begleiten zu dürfen. Ich freue mich sehr und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Eine gute Zeit dir und bis dann. Ciao. Ciao.